. Heute bei einfach genial. Die Energie der Sonne nutzen. Ein Vorhang, der Strom erzeugt. Alternative zu Einwegbechern. Ein Deckel macht die eigene Tasse zum To-Go-Becher. Und mit Henriette im Harz unterwegs. In einer der beliebtesten Wanderregionen Deutschlands. Genau da geht es heute hoch. Ich probiere einige Erfindungen rund ums Wandern aus. Doch bevor Henriette das macht, gibt es für sie diese Erfindung. Es geht um den heimischen Garten. Am Rand des Rasens werden immer öfter kleine Gräben gebuttelt. Für sogenannte Rasenkanten. Das sind solche zusammengesteckten Konstruktionen aus Blech oder Kunststoff, die als Abgrenzung von Rasenflächen oder Beeten dienen. Uwe Holland-Nell war mit den bisherigen Rasenkanten nicht zufrieden. Der Grund? Das Zusammenstecken der einzelnen Teile war ihm zu aufwendig, wie er uns an diesen herkömmlichen Rasenkanten zeigt. Zusammengeschoben. Dann muss ich anfangen und schrauben. Jetzt bräuchte ich noch einen Schraubenschlüssel. Mindestens einen, am besten zwei. Auch bei anderen Varianten auf dem Markt kam der Tüftler aus Thüringen ohne zusätzliches Werkzeug nicht aus. Darum hat er etwas erfunden. Diese Rasenkante. Auf den ersten Blick sieht sie nicht viel anders aus. Sie hat ebenfalls kleine Löcher für die Verbindungen. Doch dafür braucht er kein Werkzeug wie Schraubenschlüssel, sondern nur diese Klammern. Unsere Verbindung besteht aus der Rasenkante. Wir haben jetzt hier ein langes und ein kurzes Modell. Ist eigentlich im Grunde genommen total egal, ob lang oder kurz. Wir schieben die Teile ineinander 5 cm, bringen sie auf Deckung, schlagen unsere Klammer ein, drücken und schieben mit unseren 2 Daumen die Klammer drüber und sind fertig. Dadurch soll der Zusammenbau einfacher und schneller gehen. Ob das so ist, soll Garten- und Landschaftsbauer Daniel Reich für uns ausprobieren. Er wird die Erfindung im Garten einer Kundin verbauen. Die Gräben zum Versenken hat er schon vorbereitet. Zunächst will er das Zusammenstecken mit den Klammern ausprobieren. Versuchen wir das mal reinzuschieben. So, von der Sache her ist das sehr gut verarbeitet worden. Die Schlitze passen wunderbar übereinander, muss ich sagen. Es sollte kinderleicht sein. Einfach zack, Klammer wieder rübergeschoben. Und fertig. Los geht's mit dem Verlegen. Der Rasen ist bereits durch eine kleine Betonmauer abgetrennt. Der Sinn von Rasenkanten wie dieser? Sie sorgen dafür, dass am Rand leichter gemäht werden kann. Die gerade Strecke ist für Daniel schnell verlegt. Doch gleich geht's um die Ecke. Damit das mit dem System auch möglich ist, hat sich Tüftler Uwe etwas überlegt. Bei den Innenecken brauchen wir 2 Eckteile, um eine Ecke zu bilden. Und das liegt daran, dass wir dafür gesorgt haben, dass die Teile nicht demontierbar sind. Dazu brauchen wir hier einen Schlitz. Den haben wir in der normalen Rasenkante nicht. Wir geben das erste Teil ein, stecken, verbinden das Ganze mit der Klammer wie normal. Und rüber. Und dann kommen wir mit dem 2. Eckteil, was dann die eigentliche Ecke bildet, und schieben das dann in den Schlitz. Sodass wir hier keine Klammer haben an der Stelle, aber das Teil trotzdem nicht einzeln auszubauen ist, sondern fertig ist. Und dann kannst du jeden einzelnen Winkel biegen bis zu 90 Grad. Das probiert der Experte aus. Und kommt problemlos um die Ecke. Mithilfe dieser Konstruktion lassen sich auch bisher nicht mögliche Kreationen bauen, wie z.B. Beete in Kreisform oder mit abgerundeten Ecken. Zum Abschluss stößt der Experte auf ein Problem. Eine Lücke, die zu klein ist für die Rasenkante. In der Regel musst du alles mit der Flex bearbeiten oder Blechschere oder sonst was. Die haben Standardlängen. Dann fängst du an, wegen so einem kleinen Stück irgendwas zurechtzuschneiden. Sieht halt immer unsauber aus. Auch dafür hat Erfinder Uwe eine werkzeuglose Lösung. Eine Kante, die etwas dicker ist als die anderen. Diese kann der Experte einfach oben draufsetzen und verschieben. Und die Lücke damit schließen. Das ist wirklich praktisch. Und wie gesagt auch sauber mit den Ecken und alles da hinten. Das macht halt ein schönes Bild. Fertig ist die Gartenabtrennung mit der neuen Rasenkante. Zum Abschluss wird der Rasen noch etwas zurechtgerückt. Uwe Holland-Nell arbeitet bereits an weiteren Tüfteleien. Wie z.B. einem Hochbeet, das ohne Werkzeug aufgebaut werden kann. Im Harz will Henriette heute Wandererfindungen ausprobieren. Noch im Hotelzimmer ist sie mit Christiane Hube verabredet. Die Hallenserin geht fast jedes Wochenende wandern. Ihre Erlebnisse teilt sie in einem Blog. Genauso wie ihre Wandertipps, von denen sie auch für Henriette heute einige parat hat. Los geht es mit der Wanderausrüstung. Christiane zeigt, was sie für die Tour heute mitgenommen hat. Dann habe ich die Brotdose immer dabei, ein Handy, damit ich mich einmal melden kann, dass ich gut angekommen bin. Oder eben auch für die Wanderkarten, die sind da alle drauf. Neben Fotoausrüstung, Geldbörse, Energieriegel, Sonnenschutz und Handtuch sollte man auch immer wetterfeste Kleidung mitnehmen. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, ist es doch relativ viel, auch relativ viel Kleines. Wenn man es dann sucht, ich weiß nicht, wie es dir geht, man packt immer den ganzen Rucksack aus. Ich muss meistens den oberen Bereich auspacken, damit ich unten an das Kleidung kann. Es ist eben doch ganz schön viel und ein bisschen chaotisch. Wir probieren jetzt mal eine Erfindung aus, die soll genau dieses Problem lösen. Hinter der Erfindung steckt Helge Martin. Er hat gemeinsam mit seinem Cousin einen neuen Rucksack für Reisen und Wandern entwickelt. Der Rucksack funktioniert nach dem Prinzip eines Kulturbeutels. Für leichteres Packen kann man Haken anbringen und ihn an die Tür hängen. Wenn Helge jetzt den Rucksack öffnet, hat er das gesamte Innenleben vor sich. Damit nichts rausfällt, sorgt ein modular aufgebautes Taschensystem für Ordnung. Man hat hier verschiedene Module. Hier ist z.B. das Schuhfach. Wie der Name schon sagt, kann man da noch extra Schuhe rein tun. Das bietet sich bei längeren Wanderungen an, um Wechselschuhe dabei zu haben. Für Klamotten gibt es eine Tasche, die platzsparend wie eine Ziehharmonika aufgebaut ist. Weiter unten sind Fächer für Kleinkram, wie Taschenmesser, Sonnenbrille und Ähnliches. So ausgeklappt kann man den Rucksack bequem packen. Es sieht aus, als ob viel reinpasst. Ja, es kann viel reinpassen und alles geordnet. Henriette und Christiane wollen den Rucksack jetzt für die Wandertour packen. Für ihren Tagesausflug müssen sie v.a. kleinteiliges Gepäck verstauen. Um das unterzukriegen, brauchen die beiden nicht alle Innentaschen des Rucksacks. Die lassen sich mit Hilfe eines Systems aus Haken und Magneten abmachen und später wieder anbringen. Henriette und Christiane entscheiden sich nur für wenige Module. So ist der Rucksack später auch leichter. Die Sonnencreme sind vielleicht die Seitenfächer? Genau. Die und die kleine Tasche ganz oben nutzen die beiden für Sonnen- und Mückenschutz sowie Blasenpflaster. Sachen, an die sie später schnell rankommen wollen. Um den Rest einzupacken, nehmen sie den Rucksack von der Tür. Jetzt kommen sie über die Seite ran und verstauen Regenkleidung und Proviant. Jetzt bin ich gespannt, ob das noch zugeht. Tatsache. So. Sitzt. Sitzt gut. Und wenn die beiden unterwegs was brauchen, kommen sie schnell von allen Seiten an die Sachen ran. Was ist dein Fazit? Also ich finde ihn super praktisch. Fasziniert, was da alles reinpasst. Vor allen Dingen auch dann doch so geordnet. Weil ich kenne ja den Wust in meinem Rucksack immer, wenn alles irgendwo ist und ich nicht weiß wo. Und bei dem wüsste ich jetzt genau, wo ich was rausholen muss. Insofern können wir jetzt losziehen. Genau. Vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem. Henriette und Christiane starten ihre Tour durchs Ockertal. Und für sie gibt es eine andere Erfindung. Wenn die Sonne ins Fenster scheint, ist das gerade im Sommer nicht immer angenehm. Stefan Hildebrandt aus Kitzingen brachte das aber auf die Idee für eine Erfindung. Jeder kennt das Problem. Die Sonne scheint, wir ziehen den Vorhang zu, weil wir nicht geblendet werden wollen. Und im Zuge dessen wird der Raum natürlich dunkel und wir scheiden dann das Licht ein. Was ja totaler Quatsch ist eigentlich, wenn die Sonnenstrahlung ja da ist und das Licht da ist. Und ich dachte, okay, können wir das nicht irgendwie nutzbar machen? Und so entwickelte er einen besonderen Lamellenvorhang, der mehr können soll. Dieser Vorhang produziert Strom und spart Strom ein. Für die Stromproduktion ist auf den Vorhang ein netzartiges Muster aufgedruckt. Das wandelt Sonnenlicht in elektrische Energie um. Genauso wie Photovoltaikanlagen, wie wir sie von Dächern kennen. Der Unterschied, das Material, das das ermöglicht. Diese Solarzellen sind z.B. mit Silizium oder anderen wertvollen Stoffen beschichtet. Der Vorhang hingegen mit Kohlenwasserstoffverbindungen. Man nennt das auch organische Photovoltaik. Das macht zum einen die Herstellung der Zellen preiswerter. Doch hat die organische Photovoltaik noch viel mehr Vorteile, die wir eben für ein Verschattungssystem brauchen. Z.B., dass es leichtgewichtig ist, semi-transparent. D.h., der Vorhang dunkelt den Raum nicht komplett ab. Das spart Strom, weil man kein Licht einschalten muss. Der erzeugte Strom wird über Leiterbahnen transportiert und kann über die Steckdose direkt ins Netz eingespeist werden. Nach Rücksprache mit dem eigenen Stromanbieter. Von ihrem Kraftwerk fürs Fenster versprechen sich die Erfinder aus dem bayerischen Kitzingen einiges und haben bereits eine kleine Produktion aufgebaut. Hier werden die Solarzellen auf Folien gedruckt. Die Herausforderung? Die Produktion muss nahezu staubfrei und unter speziellem Licht stattfinden, das keine UV-Strahlung enthält. Nur so können die empfindlichen organischen Materialien fehlerfrei aufgebracht werden. Nach dem Druck werden die Solarzellen laminiert und für den Vorhang in Lamellenform geschnitten. An ihrem Modell im Büro testen die Entwickler die Effizienz ihrer Erfindung. Dafür finden regelmäßig Messungen des Stromertrags statt. Wir haben Energieberater Thomas Waldmann gebeten, die Messwerte dieser Tests für uns einzuordnen. Um die 40 Watt pro Quadratmeter-Fläche haben Messungen der Entwickler bisher erbracht. Zum Vergleich, man bräuchte etwa 3 Quadratmeter Vorhang, um einen Computer zu betreiben. Der Wert ist hier relativ gering. Kann man nicht vergleichen mit der normalen Photovoltaik, die außen am Haus angebracht wird. Die bringt je nach Lage und Modell etwa das Dreifache an Leistung pro Quadratmeter. Ein grundsätzlicher Nachteil von organischer Photovoltaik. Dennoch sieht der Experte in der Erfindung Potenzial. Ich finde es eine tolle Alternative, wenn man nicht außen am Gebäude irgendwas machen darf oder kann. Die Erfinder sehen ihre Idee vor allem für Büros oder öffentliche Gebäude, die oft riesige Fensterfronten haben. Dort könnte dann auf großer Fläche der Sonnenschutz gleichzeitig Strom erzeugen. Die Erfindung ist in der Erfindung. Zurück in den Harz. Hier ist Henriette heute unterwegs auf Wandertour. An ihrer Seite ist Christiane Hube, eine erfahrene Wanderin. Wenn man anfangen will zu wandern, wie lange darf die Route sein? Gleich den ganzen Tag? Nein, einen halben Tag, 4-6 Stunden. Dass du nicht so schnell aus der Puste bist, bis du genug Pausen hast. Zu den Schuhen, welche sind geeignet? Festes Schuhwerk und eine ordentliche Sohle. Bis zum Knöchel sollte er auch gehen. Die Socken? Die Socken auch. Die Socken länger als der Schuh, damit du dir keine Blase holst. Ja, das stimmt. Der Aussichtspunkt Kästeklippe in mehr als 600 m Höhe ist das 1. Ziel der beiden. Hier sind sie mit 2 Erfindern verabredet. Ich glaube, da vorne ist es dann auch schon, oder? Ja, sieht so aus. So. Oh, ist das schön. Guck dir mal den Ausblick an. Das ist natürlich cool. Muss man gleich ein Foto machen? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das müssen wir festhalten. Und ums Fotografieren geht es auch bei der nächsten Erfindung, die Julia Schadinger und Lukas Watzinger aus Graz im Gepäck haben. Ihre Idee entstand durch ein Missgeschick, das Lukas bei einer Wanderung passierte. Ich war wandern in die österreichischen Berge. Dann habe ich mein Handy gehabt. Und auf einmal ist es mir runterfallen. Du hast das jetzt nicht im Ernst runterfallen lassen. Auf Feier. Das ist das Vorzeige-Handy. Das ist nur ein Demonstrations-Handy. Es ist sowieso schon kaputt gewesen. Ja, genau. Und dann haben wir uns gedacht, das ist der Lukas, der kann ja der Einzige gewesen sein, dem das passiert ist. Dann haben wir uns so gedacht, das Problem könnte man für mehr Leute lösen. Und zwar durch diese Halterung mit Seilzug. Damit soll das Handy flexibel nutzbar und trotzdem gesichert sein. Das Ganze wird zum Beispiel direkt am Rucksack befestigt. Das heißt, man hat beim Wandern das Handy immer griffbereit und geschützt. Und wenn man dann einmal ein Selfie machen will oder das Bergpanorama vor einem richtig schön ist, dann sieht man es mit einem aus, dann ist der Seilzug gesperrt. Das heißt, ich habe keinen lästigen Seilzug dran. In dem Gehäuse steckt das aufgerollte Seil mit einem Rückholmechanismus. Ähnlich wie bei Ausweishalterungen. Das Besondere hier, beim Ausziehen blockiert der Seilzug ganz vorn. Erst nach einem kurzen Ruck rollt es sich wieder ein. Ich kann dann so ein Selfie machen oder eben die Landschaft fotografieren. Und wenn ich fertig bin damit, sie einmal kurz an, verstaue es wieder, und es kann nichts passieren. Für die Montage kommt in die normale Handyhülle ein Plättchen mit Schlaufe. Die wird durch die Öffnung fürs Ladekabel gesteckt. Ist das Handy wieder in der Hülle, ist die Halterung fest. An der Schlaufe kann Henriette den Haken des Seilzugs befestigen. Mit einem Riemchen wird die ganze Konstruktion jetzt am Rucksack angebracht. So, ist auch lang genug, das ist sehr gut. Yay, huch! Ah, jetzt ist es auch ausgelöst und es hält. Gott. Also es ist schon ein komisches Gefühl, das mit dem Handy zu machen. Ja, das Seil ist extrem robust, es kommt ursprünglich aus den Segeln. Und halt sehr viel aus, ist sehr reißfest, abriebfest. Was ja wichtig ist beim Autosport, dass man beim Fels nicht abrippt, dass man es nicht reißt. Auch eine kleine Kamera kann mit der Erfindung gesichert werden. Christiane probiert es mit ihrer GoPro-Action-Kamera. Mach mal die Selfies. Ich lass gleich fallen. Und dann kurz wieder ziehen und es geht wieder dran. Wie funktioniert es? Wie ist es? Ich finde es super. Also du ziehst es ja wieder raus, so wie bei dir. Und kannst dein Selfie machen. Lass mal fallen. Und wenn es fällt, dann fällt es trotzdem. Bevor Henriette und Christiane auf ihrer Wanderung die nächste Erfindung testen, ein anderes Thema. Vor der Arbeit, in der Pause, beim Stadtbummel. So ein Café zum Mitnehmen ist praktisch und spart Zeit. Zwar bieten einige Läden dafür heute schon Mehrwegbecher an. Doch noch landen allein in Deutschland jedes Jahr fast 3 Mrd. Einwegbecher im Müll. Eine Erfindung gegen dieses Problem? Hat uns vor 3 Jahren die Studentin Carina Frings vorgestellt. Damals noch ein Prototyp ist ihre Erfindung heute sehr erfolgreich. Für mich ist es unglaublich, dass aus einer Studienidee sowas entstanden ist. Ich finde dafür keine richtigen Worte. Rückblick. In ihrer Küche stellt uns Carina Frings damals ihre Alternative zum Wegwerfbecher vor. Ich finde, wir haben alle die Schränke voll mit Tassen. Und deswegen habe ich einfach einen Mehrwegdeckel entwickelt, der auf die Tassen im Schrank passt. So kann man seine Lieblingstasse von zu Hause aus einfach mitnehmen. Carina Frings studiert damals nachhaltiges Design in Köln. Im Rahmen ihres Studiums entwickelt sie einen Silikondeckel, der auf Tassen unterschiedlichster Größe passen soll. Erstmal habe ich 40 Tassen ungefähr ausgemessen, die verschiedenen Durchmesser aufgenommen und dann an die Form angepasst, so dass der Deckel auf verschiedene Tassen passt. Die Idee? Nach unten hin wird der Deckel schlanker und kann dadurch stufenlos breitere und schmalere Tassen verschließen. Doch passt der Deckel überall? Wir bereiten damals 8 unterschiedlich große Becher mit Kaffee vor. 2 Studentinnen probieren es für uns aus. Deckel in die Tasse stecken und so lange reindrücken, bis er festsitzt. Es macht einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck. Ich würde das jetzt, glaube ich, auch mit ins Auto nehmen. Es macht einen dichten Eindruck. Bei unserem Versuch damals hält der Deckel bei 6 von 8 Tassen dicht. 2 sind etwas zu breit. Hier passt der Deckel drauf, aber das würde definitiv in die Hose gehen. Bedeutet, vorher ausprobieren, welche Tasse man von zu Hause mitnimmt. Damals ist die Erfindung noch ein Prototyp. Heute erzählt Carina Frings, was daraus geworden ist. Aus der kleinen Idee hat sich ein richtig kleines Unternehmen entwickelt. Heute hat sie ein Start-up mit insgesamt 6 Mitarbeitern. Ihre Erfindung aus Kunststoff wird in Serie produziert und hat es vor Kurzem in den Einzelhandel geschafft. Ich habe hier einmal den Prototypen, den ich damals schon in der Sendung vorgestellt habe. Das Ganze haben wir nun weiterentwickelt in einen Deckel mit Trinköffnung. Ich zeige das auch noch mal gerne. Einfach Deckel drauf und Coffee to go genießen. Was vor 3 Jahren als Uni-Projekt begann, ist heute ein Vollzeit-Job für Carina Frings, von dem sie gut leben kann. Sie und ihr Team haben schon neue Ideen zum Thema Nachhaltigkeit. Wir bleiben dran. Zurück in den Harz. Nachdem sie den Ausblick genossen haben, geht es für Henriette und Christiane auf ihrer Wandertour gleich wieder bergab. Jeder, der schon mal wandern war, weiß, auch ein Abstieg kann es in sich haben. Das Problem? Bergab gehen belastet die Gelenke. Statt waagerecht zu bleiben, streckt sich der Fuß, um sich dem Gelände anzupassen. Das Körpergewicht verteilt sich nach vorn. Um dem entgegenzuwirken, müsste der Fuß waagerecht gehalten werden. So zumindest will Klaus Pimmelskern das Problem lösen. Der Rentner wandert selbst viel, war aber immer von Knieproblemen geplagt. Deshalb erfand er dieses Hilfsmittel. So genannte Abstiegshilfe. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Ja. Da müssen wir jetzt reinschlüpfen. Und dann das quasi über den Fuß ziehen. Gehen wir das mal. Den sogenannten Trittbereich müssen sie unter den Fußballen ziehen. Die Bänder und Schnallen sollen die Konstruktion am Wanderschuh festhalten. Die Abstiegshilfe lässt sich auf Schuhe von Größe 38 bis 45 anpassen. Es lässt sich auf jeden Fall einfach, also relativ einfach befestigen, finde ich. Ist jetzt nicht kompliziert. Zur Eingewöhnung laufen die beiden mal ein paar Schritte. Noch nicht so steil nach unten. Ja, es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Ja. Die Knie sind auf jeden Fall nicht durchgestreckt, wenn ich jetzt hier runterlaufe. Die Abstiegshilfe wiegt für jeden Fuß 225 Gramm und besteht aus rutschfestem Material. Damit wollen Henriette und Christiane jetzt einen steileren, unebenen Weg runter. Ah ja, guck mal. Hier ist aber jetzt so ein typischer Stein, wo man es ganz deutlich merkt. Normalerweise, wenn ich runtergehen würde, würde ich wahrscheinlich die Gewichtsverlagerung nach vorne geben. Genau. Auf die Zehen. Und jetzt hier sieht man ganz klar. Ist schön gerade. Der Fuß bleibt waagerecht. Genau. Und das ist ja genau das, was es soll. Und dadurch, dass der Fuß waagerecht bleibt, merke ich richtig, dass ich mehr in die Knie gehe. Und genau das hat zumindest dem Erfinder bei seinen Knieproblemen geholfen. Und was sagst du? Ich merke eben, dass definitiv nicht so oft die Gelenke geht vom Knie, was dann ja schon auf jeden Fall eine Unterstützung ist. Ja, Muskelkater bleibt aber trotzdem nicht aus. Hast du einen Tipp für die Zeit nach der Wanderung? Ja, also ich nehme eigentlich nach jeder Wanderung eine warme Wanne. Schön. Um einfach nochmal entspannen zu können und den Tag ausklingen zu lassen. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Einfach Genial.